Christen und Kirchen in aller Welt trauern um die Opfer der Brückenkatastrophe in Genua. Mindestens 42 Menschen kamen am 14. August beim Einsturz einer Autobahnbrücke ums Leben. Wir alle sind schockiert, sprachlos und im Gebet vereint, sagte die Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Genua, Elisabeth Kruse, der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Sie habe in der Kirche für jedes Opfer eine Kerze entzündet und gebetet. Der Weltkirchenrat drückte den Opfern und ihren Angehörigen sein Beileid aus. Papst Franziskus nannte den Einsturz der Brücke eine Tragödie. Er vertraute die Toten der Barmherzigkeit Gottes an. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles betet mit ihrer siebenjährigen Tochter Ella und liest ihr aus der Kinderbibel vor. Das berichtet sie in einem Interview mit der Illustrierten Bunte. Die Lieblingsgeschichte von Ella sei David gegen Goliath. Nahles? Das war bei mir als Kind auch so. Das Alte Testament fasziniert in dem Alter noch mehr als das Neue. Wie die Politikerin weiter sagte, muss sie nicht ständig in die Kirche rennen, um Gott nah zu sein. Manchmal lasse sie eine Sonntagsmesse sausen, weil es der einzige Tag sei, an dem sie mit Ella in Ruhe frühstücken könne. Da sage ich mir, das Zusammensein mit meinem Kind ist auch Gottesdienst, so Nahles. Sie selbst bete nicht jeden Tag, aber immer mal wieder. Die 48-Jährige ist geschieden. Zur Frage, ob die Scheidung für sie als Katholikin auch ein persönliches Scheitern sei, sagte sie, auf jeden Fall. Man geht ja keine Ehe ein, um sie nach einigen Jahren zu beenden. 73 Jugendliche nahmen Anfang August an einer Musikfreizeit im bayerischen Babenhausen teil. Sie wurde von der Philharmonie Junger Christen veranstaltet. Neben dem Musizieren standen sogenannte Theo-Einheiten auf dem Tagesprogramm. Darin tauschen sich die Teilnehmer über persönliche Glaubensfragen und die Bibel aus. Und durch diesen weiteren Aspekt, also nicht nur den musikalischen, sondern auch den religiösen Aspekt, doch noch eine weitere Komponente hat, die alle verbindet und irgendwie dann noch mehr auf einen gleichen Nenner bringt. Und das ist ein ganz besonderer Spirit, der sich daraus ergibt. Durch die Verknüpfung von klassischer Musik mit biblischen Inhalten wollten die Veranstalter den Teilnehmern einen anderen Zugang zur Klassik und dem Glauben ermöglichen. Der Teil dieses Projekts zu sein ist natürlich einfach fantastisch, weil man sieht, was man in zehn Tagen schaffen kann, wenn alle an einen Strang ziehen. Und man sieht, was eine Gemeinschaft, die stark ist, einfach ausmachen kann. Einfach die Chance, das zu kombinieren, die Musik einerseits, also was einfach mein Hobby ist, und eben auch den Glauben irgendwie auszuleben und dass man da einfach Gleichgesinnte trifft, finde ich einfach ein spannendes Projekt. Die Philharmonie junger Christen Augsburg entstand 1981. Sie ist eine ökumenische Initiative von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.